Da sind wir wieder zu Skyliner Giants mit Haji. Hallo Haji! Ähm, erstmal zeigen wir die neuen Giants der Wave 3. Da haben wir ja jetzt einmal unseren Zuwachs bekommen mit... Zomp Pack! Hallo Grochermann! Was kannst du denn schon? Ich kann so Body Shack! Wie geil! Kann ich dann einfach so schleiten? Jaaa, sonst kannst du dich erschlagen. Geil! Ohne Wiss, das ist so geil! Nein, nein, nein! Nein! Halt die Fresse, du Höre! Ich will nicht mit dir labern! Dann haben wir einmal, wie wir Haji zeigen! Das ist meiner jetzt! Guck mal, da leuchtet! Das Auge! Eyebrow! Ich werfe mein Auge auf dich! Aha! Hat er gesagt, oh mein Gott! Oh Gott! Wie kann ich denn noch was? Wie kann ich denn noch was? Wie kann ich denn noch was? Du kannst Laserschießen! Warte! Geil! Das ist ja immer richtig geil! Ich nehme mal so lange kurz den Kleinen hier! So! Das ist ja jetzt einmal mit Sorgen! Und wir haben Ultrasetten eine limitierte E-Figuren, die es sich im Hangel zu erhältlich gibt! Vier Stück! Die zeigen wir jetzt auch! Oh! Oh! Vetterungszeit! Ganz mit der Wohnstimme! Wo ist er denn? Oh! Wie klein! Das ist immer süß! Oh! Oh! Das ist immer süß! Ah! So! Jetzt kommt der nächste! Trigger Snappy! Oh! Der läuft immer um mich rum! Der soll das lassen! Nissen! Jaaa! Dann haben wir einmal hier ihn noch! Oh! Wir sind hier schon da! Oh! 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 oh wir haben noch mini Stealth-Elf Whisper-Elf können wir auch runter gehen alter geht doch nicht immer auf mich rum so wir fangen nochmal weiter mit unserem Abenteuer Abenteuer war klar dass er das nimmt so wen nimmst du denn? der den ok wollen wir keinen lustigen Begleiter machen? doch aber gleich ja wir sind bereit den großen Bohrer zu suchen den Chaos benutzen möchte wir haben jetzt angegriffen Kapitel 10 Luftangriff wie wollen wir denn nehmen von dem Gil-Quant erstmal der? ja dann machen wir mini Gil-Quant Gil-Rund Gil-Rund Versuch bitte jetzt nicht durchzudrehen aber ich glaube das könnte ein Geisterschiff sein ich quach gar nicht mehr wie wie ich denn dumm 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 stirb! stirb! manch 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 ja gerne tschüssi bis dahin auf Wiedersehen wo ist denn unser Mini-Freund? hinter mir hinter dir ja wie schieß ich denn? die Spieler richten das Pfandkreuz achso wie sollen das so machen? beseitige die Minen ja das habe ich schießt 20 Piraten-Tiefliga ich bin der Gelbe ja achja 10 Punkte für Gryffindor stirbt oh da kommt noch mehr du mach die ne schießt einfach alles ab ja ich habe Herzchen abgeschossen ich zerstöre drei Kanonenschiffe alter das ist ein großes ja juck juck warum sind Piraten so böse? warum sind sie nicht so viele Piraten? die Meuchler Trophäe erhalten ja das machst du am liebsten ja das machst du am liebsten ne? ja äh hast du kein Wunschiff? ja ich habe die anderen auch abgeschossen yeah gut geschossen gewinner 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 hazi wir gehen jetzt oben ein paar böse Wichte eins überbraten ja ja ah ah jetzt kann Hasi Munch Munch machen bitte zum Glück kommt hier nichts für Munch Munch ich bin bald tot lass dich stehen bleiben weil ihn den Bogen schützen ja Monster Matcha 200 von 1000 hezi ich bin zu Munch Munch yeah ja 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 dann muss ich ihn runternehmen ja ja Miniman tschüsschen kommen wir jetzt hier noch welche oder? dann müssen wir wieder runter hat nichts gesagt oder? ich glaube nicht ich glaube die kommen jetzt ja nö ach da hallo da ist ne truhe hallo Hashi, komm mit! Ja, Mann. Bam, 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 bam. Aus dem Weg! Was machen wir auf? Äh, Truhe. Hashi, wir sind die Besten. Ja. Aber wir haben unter Deck noch mehr Probleme. Geh wieder an die Kanone! Noch nicht, komm mit. Ich glaub, hier war noch was, oder? Oder da oben? Hä, Dreieck? Tadaa! Was heißt Skyländer? Oh, da seid ihr ja! Die Himmelspiraten haben mich hier eingesperrt. Es scheint ein Tor zu einer mystischen Lagune zu sein. Da drin soll es auch einen Hut geben. Willst du den spielen? Ja. Ist das ein weiterer? Ja. Ach du Scheiße. Hashi ist jetzt Bigger Big Big. Jo. Big Boobie will durch. Hallo. Huch! Tadaa! Wir machen einfach mal hier das Teil runterfahren. Ja. Ich krieg total Schaden. Ich nehm mal mit, ne? Ich weiß nicht, ob wir es brauchen. Es könnte aber sein. Da sind ja paar... Ich verstehe es nicht. Yeah! Also warte mal auf mich. Ich muss auch noch rum. Zu zweit passen wir hier nicht rein. Nur weil wir dick sind. Wolltest du nichts? Ich habe extra dir was gelassen. Oh Mann! Das eigentlich wollte ich auch was nehmen. Aber ich habe ja noch schon 0 Euro. 0 Euro? Ja. Da kommen wir noch nicht durch. Wieso nicht? Können wir die Kugel dahin schieben? Warum schiebe ich die jetzt dahin? Ja, weiß ich nicht. Ich schaff das. Du schiebst sie genauso doof wie ich umher. Warte mal! So! Jetzt haben wir hier noch eine Kugel. Oder geht es da hinten runter bei dir? Weiß ich nicht. Theoretisch glaube ich. Soll ich? Ja. Nice, Haji. Wir haben blau und schlau gelöst. Jetzt bin ich. Na gut. Haji geht mal... Entschuldigung. War keine Absicht. War keine Absicht. Aber es war ja nur ein so ein Teil. Ist ja nicht so gut. Trotzdem. Lass mal eben. Ich glaube die Kugel manch dir alle um. Egal. Oder du manch dir alle um. Das geht auch. Das geht auch. Nur so ein bisschen bitte. Aus dem Weg. Hier komme ich. nicht. Ich glaube ich steck mit dem Weg dafür. Da unten ist so ein dicke, dicke, dicke. Ich mache den Weg frei. Ja, wo ist der? Ja. Ach du Scheiße. Sie sind böse. Ja, sofort. Wir müssen kurz unsere Pizza holen. Fuck. Ich hätte ja keinen Bock mehr. Nein. Oh. Oh.